Konnichiwa Minasan! Der Kaiser hat nun also sein 5 Artikeleid verkündet, war wieder an der Spitze von Japan, zumindest auch offiziell. Das hieß aber doch nicht, dass direkt auch alles gleich so richtig geordnet war und alle dem Kaiser gefolgt haben. Da wollen wir jetzt mal so ein bisschen weiter schauen, wie es dann zum Einheitsstaat mit dem Kaiser an der Regierung gekommen ist. Bereits 1868, nachdem die Revolution dann vollzogen worden ist, hat man Städte und Präfekturen eingerichtet. Das heißt, es ging immer mehr dahin, die Fürstentümer aufzulösen und eben Präfekturen und Städte zu haben, die unter der direkten Befehlshabe des Kaisers stehen. 1869 sprachen sich dann 102 Fürstentümer für einen zentralisierten Staat aus und 113 haben gesagt, Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen dem bisherigen Föderalismus beibehalten. Damit verbunden gab es dann auch viele Aufstände von Fürstentümern, die eben gesagt haben, wir wollen nicht, dass der Kaiser wieder an der Spitze steht. Wir wollen das bisherige System so beibehalten. Die Fürstentümer Satsuma, Choshu, Tossa und Hizen, die auch ja schon auf der Seite des Kaisers vorher waren und die Revolution noch angeführt haben, die haben dann einfach freiwillig ihre Fürstentümer schon mal zurück an den Kaiser gegeben und sind dann zu Gouverneuren ernannt worden. Der Kaiser hat daraufhin dann auch die anderen Fürstentümer dazu aufgefordert, ihre Fürstentümer eben an den Kaiser abzugeben und damit auch ihre Macht niederzulegen. Das hat natürlich nicht immer ganz so einfach funktioniert. Also einige Fürstentümer haben dann gesagt, naja gut, komm, ist okay, wir sind auf der Seite des Kaisers, wir geben ihm das Fürstentum. Und so hat der Kaiser dann mit der Zeit immer mehr Fürstentümer eben schon gehabt und konnte die ordnen, die Leute, also die früheren Fürsten sind dann oft zu Gouverneuren geworden. Aber dann gab es immer halt noch so ein paar, die Aufstände gemacht haben und die nicht so einfach zu bekommen waren. 1871 hat man dann den japanischen Yen auch als gesamtjapanische Währung eingeführt, hat damit aber vorherige Standards von Gold, Silber und Kupfer erstmal wieder abgeschafft, was vielleicht auch nicht so gut war. Aber da, also 1871, wurde auf jeden Fall der Yen in Japan eingeführt. Die Fiskal- und Geldpolitik war dann also ein Monopol der Regierung geworden. Außerdem 1871 hat der Kaiser dann einfach die Auflösung aller Fürstentümer verkündet. Das heißt, er hat dann keine Lust mehr, sich mit den Aufmüpfigen dazu streiten, hat einfach die Auflösung der Fürstentümer verkündet und das dann einfach mehr oder weniger gewaltsam durchgesetzt. Die Fürsten wurden, wie eben schon gesagt, zu Gouverneuren und es gab jetzt auch viele Fürsten, die am Anfang ein bisschen Aufstand gemacht haben. Die haben dann jetzt klein beigegeben, weil die Fürsten hoch verschuldet waren durch die ganze Modernisierung, die in den letzten Jahren dann schon in Gang getreten ist. Man wollte ja die ungleichen Verträge dann auch wieder revisieren und die Fürstentümer haben bei den Ausländern versucht zu lernen, haben neue Fabriken erschaffen und, und, und. Das waren unglaublich viele Ausgaben für die Fürsten und der Kaiser hat dann gesagt, okay, die Schulden, die ihr gemacht habt vor 1843, die werden komplett gestrichen, die erlassen wir euch. Und die Schulden, die danach gemacht worden sind, die übernehmen wir als Regierung, sodass die Fürsten also komplett entschuldet worden sind und noch eine ganz gute Abfindung bekommen haben, dafür, dass sie ihr Fürstentum an den Kaiser zurückgegeben haben und das haben natürlich viele Fürsten dann gemacht. Die haben sich gesagt, okay, oh, keine Schulden mehr, ich kriege noch ein bisschen Geld. Ja gut, komm, gib mal dem Kaiser, das ist ja egal. Wir behalten unsere Macht, in Anführungszeichen, werden zu Gouverneuren, haben ein bisschen mehr Geld wieder. Das ist doch ganz schön und deswegen haben dann auch die Letzten, die noch einen Aufstand gemacht haben, haben dann ihre Fürstentümer an den Kaiser zurückgegeben. Es wurden dann 47 Präfekturen in Japan eingerichtet, das kennt ihr vielleicht schon auch, die Präfekturen, die es heute gibt, das sind an der Zahl auch 47, die hat man dann eingerichtet und somit war der Einheitsstaat mit dem Kaiser ganz oben als Regierung dann auch vollendet. Man hatte also ein zentralisiertes System mit dem Kaiser an der Spitze, Japan war geeint, hatte natürlich auch ein bisschen negative Folgen, denn die ganze Bürokratie musste jetzt gemacht werden, es ist ein Riesenstaatsapparat aufgebaut worden, der vorher nicht so aufgeblasen war, weil die Fürstentümer halt innerhalb ihrer Fürstentümer relativ eigen entscheiden konnten. Natürlich mussten sie auch Abgaben leisten und so, aber das war halt doch noch ein bisschen freier und jetzt steht dieses gesamte Land unter der Verwaltung des Kaisers, das öffnete natürlich auch die Türen für Korruption, zum Beispiel strukturelle Korruption. Das heißt, er hatte auch ein paar negative Folgen, aber der Einheitsstaat hatte auch positive Folgen, denn Japan war nun geeint sozusagen unter einer Regierung und man konnte die Ressourcen besser verteilen und man konnte vor allem auch nach außen hin Einheit demonstrieren gegenüber dem Westen und konnte sagen, jo, wir sind da und das war auch ein Grund, warum dann einige aufmüpfige Fürsten auch gesagt haben, ja okay, komm, wir geben unsere Fürstentümer ab, Japan muss stark sein, um gegen den Westen zu bestehen, wir wollen von denen nicht irgendwann überrannt werden. So hat man es dann also geschafft, dass nun nach dem Fünf-Artikel-Eid des Kaisers nun der Kaiser auch wirklich die Macht hatte und eine Regierung gefunden wurde. Wie das Gesellschaftssystem sich geordnet hat und welche Auswirkungen das Ganze auf die Stände hatte, die ja in der Edo-Zeit bestanden, das werden wir uns im nächsten Video nochmal ein bisschen genauer ansehen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein, sind also wieder ein kleines Stück weitergekommen und jetzt langsam wird es richtig spannend, denn jetzt werden natürlich verschiedene Missionen ins Ausland auch gemacht und dann Anfang 1900 beginnen dann auch schon wieder ein paar Kriege, die geführt werden und so. Japan wird imperialistisch, aber da werden wir jetzt einige spannende Zeiten durchleben, denke ich, in der japanischen Geschichte. Ich hoffe, euch gefallen diese Videos, immer so kleine Häppchen sozusagen, gehen wir Stück für Stück voran und ich hoffe natürlich, dass ihr so Japan auch ein bisschen besser verstehen könnt und ein bisschen mehr über Japan lernen könnt. Vielen Dank fürs Zusehen, schaut gerne in die Videobeschreibung, da gibt es noch einen Link, über den ihr mich durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Es gibt eine Menge an Online-Kursen, schaut auch da gerne mal vorbei, falls ihr überlegt, Japanisch zu lernen. Außerdem mein Amazon-Affiliate-Link und ihr könnt Mitglied auf diesem Kanal werden. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!